Hallo, ich bin der Mike für die Schaubic Crew. Heute testen wir mal die neuen Schaubic-Decks über 8.25er. Schauen wir mal, wie es das so geht und ja, tschau! Ich bin der Mike für die Schaubic Crew. Ich bin der Mike für die Schaubic Crew. Das war's für heute. Das war's für heute.